Hallo Welt, da sind wir wieder, hier zusammen mit Serana. Und wir wollen ihr jetzt helfen, die Schriftrolle, denke ich mal, die sie dabei hat, zu ihren Eltern oder zu ihren Ahnen zu bringen. Na, wohl eher, alles ist möglich. Der Fürstenstein, den haben wir nebenbei auch noch entdeckt. Naja, hier waren wir schon mal, unser Pferd hat sich da mit einem Troll angelegt. Gut, das Pferd ist ein gutes Wort. Ich würde gerne das Pferd wiederfinden. Die Bella, Fellrucksack, können wir den noch tragen? Ja, gerade so viel geht, aber nicht mehr. Wollen wir Handschuhe sammeln in Zukunft? Ich glaube, nein. Nein, muss nicht sein. Wir sammeln schon Rucksäcke. Der ist doch gar nicht so schwer hier. 30 Punkte erhöht und 1,5 wiegt der nur? Das ist sogar ganz schön leicht. Die haben hier alle Handschuhe an, weil es hier so kalt ist wahrscheinlich. Und wir rennen halbnackt rum. Ist wurscht. Das bringt gar nichts. Ja, ein bisschen vielleicht. Also, sie hat nichts, also für die Sonne hat sie nichts übrig, aber ganz was dagegen hätte sie jetzt auch nicht. Oh, Moment. Treppen. Da kommen wir doch gleich viel besser voran. Wenn das die Treppen sind. Moment. Die Treppen, die wir vorhin benutzt haben, die gingen aber andersrum, die Kurve. Ich glaube, das kann hier nicht richtig sein. Suchen wir denn immer noch das Pferd? Wollen wir denn erfrieren vielleicht? Kann das sein? Eine Runde erfrieren. Genau hinter uns ist die Trübhöhlengruft. Gut, aber der Ausgang jetzt. Nochmal die Karte. Ja, jetzt laufen wir genau drauf zu. Aber irgendwie kann das doch nicht sein. Wir standen doch gerade da unten. Ach, das ist dahinter. Ein ganzes Stück weiter noch. Ach, das Pferd. Das ist stark kräftig. Das kann auch zwei tragen. Außerdem, wenn Serana so lange eingesperrt war, dann hat sie nichts gegessen. Und dann muss sie ziemlich leicht sein, meine ich. Das Pferd schafft das schon. Na, Pferd. Und Serana springt hinten drauf. Oder vorne. Ganz wie sie möchte. Oh, hoppla. Nicht da. Das ist aber dunkel. Haben wir die Fackel jetzt auf dem Pferd noch an? Irgendwie schon, ja. Das Pferd brennt gleich. Ist das gut in der Nacht? Ich weiß nicht. Vielleicht lassen wir das mal an. Also seit wir die Fackel jetzt anhaben, hat uns kein Wesen angegriffen. Kein Tier. Da ist die Treppe. Warum ist das denn jetzt so komisch? Das wird so... So läuft doch gar kein Pferd. So schräg? Ja, vielleicht. Achso. Jetzt geht's wieder. Weil wir so schräg auf dem Berg waren, war das jetzt wahrscheinlich. Ich wundere mich die ganze Zeit, weshalb wir überhaupt nicht mehr frieren wollen. Vom Pferd herunter können wir nicht das Wetter fühlen. Und ich überlege mir gerade... ...Dunkelheit hin oder her, Serana zuliebe, sollten wir eigentlich bei diesem Wetter... ...sorten wir da weiter... Hey, wir haben noch was anderes vergessen, fällt mir gerade ein. Oh nein, warum ist das denn jetzt so... Wir müssen ja die Söldnerin aus der Höhle wieder abholen. Das Pferd hat keine Scheinwerfer. Was machen wir denn nun? Die können wir doch... Die hat uns wirklich sehr geholfen. Die können wir doch nicht da oben stehen lassen. Das geht doch nicht. Die Söldnerin mag nicht reiten. Ach, wenn man was sehen würde. Wo man jetzt hin reitet. Da oben kann es doch nicht richtig sein. Wow, wir sind ganz auf dem Holzpfad. Ja, es tut mir leid, da bin ich ja wieder. Kommt sie mit? Och, sie wird schon kommen, denke ich mal gleich. Ja, das ist auch... Eine gute Idee, hier mit dem Holzhacken und so. Oh, hoppla. Wäre das Pferd nur ein bisschen mehr so wie ich, dann hätte sich jetzt schon alles... ...alle vier Beine gebrochen. Alle. Da wäre kein Bein mehr übrig jetzt. ... ... ... So, Pferdchen bleibt wieder brav hier. Hm. Ja, das hätte ich beinahe vergessen. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Geht voran. Jetzt sind wir schon zu dritt. Ja, mal wieder. Thiel können wir bestimmt auch noch abholen. Und was ist nun los? Alle aufs Pferd. Das klappt. Beim Herr der Ringe hat das auch geklappt, aber ich glaube, die waren nicht ganz so. War das bei Herr der Ringe, wo alle auf dem gleichen Pferd geritten sind? Und ich dachte mir, das bricht doch durch in der Mitte. Aber dann ist mir eingefallen, das sind nicht so. Die sind ja nicht so schwer. Hobbits. Der Schwerpunkt liegt vielleicht auf den Füßen. Ja, und die haben sie einfach schleifen lassen. Die haben noch so lange beide nicht. Naja, das waren kleine Pferde vielleicht. Ja, was für welche. Kleine Spielzeugpferde. Seepferdchen vielleicht. Kleine. Ja gut, ich gehe mal davon aus, dass die beiden uns folgen. Und dann beeilen wir uns doch mal ein bisschen. Wir achten gar nicht auf unsere Bedürfnisse mehr. Kälte. Ach, Quatsch. Außerdem sind wir doch auf dem Pferd. Moment, sollen wir hier entlang? Oder lieber... Ach komm, wir reisen durch die sichere Gegend lieber. Was leuchtet denn da außerdem noch bei uns in der Hand so? Die Fackel kann ich ja verstehen, das weiß ich ja aber. Das andere, was ist das? Das Schwert? Ja, richtig, das Schwert. Dämmerstern. Dämmerstern heißt das gar nicht. Wie heißt das? Dämmerstern ist hier vor uns. Dämmerbrecher. Hier sind wir falsch. Komm, wir nehmen doch den anderen Weg. Ich habe mich... Ich bin in die falsche Richtung gerückt. Nicht, dass Serana noch zu Staub zerfällt. Ich bin in die falsche Richtung. Ach, bei Nacht ist doch auch ganz hübsch hier alles. Oh nein. Immer schön gucken, wo man hinreitet. Kann das sein, dass es nachts hier sehr viel friedlicher ist? Also Pferd hin oder her, aber ich habe den Eindruck, dass wir hier die ganze Zeit nicht angegriffen werden. Ach, wir haben auch die Fackel an. Das könnte daran liegen. Das könnte daran liegen. Also Tiere wollen uns dann vielleicht nicht... Ah, da hätte ich mal lieber nichts gesagt. Was? Okay. Ich sage so schnell nicht noch mal was dazu. Steinbühel. Ja, hier wissen wir doch, wo wir sind. Ja, das muss ganz schön heftig gewesen sein, hier so zu reisen. Wenn das irgendwann mal so gewesen sein sollte mit den Laternen hier, meine ich. Das finde ich... Man kann gerade mal so gucken bis zur nächsten Laterne. Und heute ist ja die ganze Straße heller leuchtet. Aber hier teilweise sieht man gerade mal das andere Licht. Ein Wildschwein. Okay, die haben keine Angst vor Feuer. Ja, und wo sind die Glühwürmchen? Nachts uns wurden doch Glühwürmchen versprochen. Nachts sollen die unterwegs sein. Was will er? Ist da jemand? Da seid ihr ja. Das ist wies. Das war doch vorhin ein Wächter von Stendarr. Dann war das der, der da auf dem Boden lag, bestimmt. Ja, nachts ist gefährlich hier. Oh nein, der Brückentroll. Ja, man kann gerade so bis zur nächsten Laterne. Also man sieht gerade noch das Licht der nächsten Laterne. Und wenn man so reist, dann ist das doch total gruselig, oder? Unser Pferd kann auf einmal so lange schnell rennen. Sagt man nicht galoppieren dazu? Okay, irgendwann ist mal Schluss, aber ich finde das war schon ganz schön lang. Na, hoffentlich wird's dann bald wärmer. Ich bin so schnell nahös. Und ich finde das wichtig. Ich finde du, Zittimme wird shinumen gut gemacht. Er Himmel ist nur Mac, heute geht ein Evil Chapel. Und dann werde ich ehrlich sein. Alright, wenn wir mit dem J Sonic sie sitzen. Und er Finance Titany in Mit Behörden ist allo ein, aber hier woanders ist, Ach, hier sind wir schon in Drachenbrüggel. Oh Mann, wie wir das geschafft haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir auch total den Umweg geritten. Ach so, ja, ausruhen wäre jetzt nicht schlecht. Ich dachte mir, hier war doch so ein warmer Hof irgendwann mal. Wäre nicht schlecht, sich auszuruhen, aber dann... Nee, dann dachte ich mir, wir müssen Serana irgendwie nach Hause bringen. Ja, ohne Pferd wären wir doch schon... Oh, was war das? Längst erfroren wären wir da doch schon. Das hätte jetzt beinahe einen Unfall gegeben. Ich habe die gar nicht gesehen, die komischen Leute da. Ist das noch die Straße? Ich sehe da keine Laternen mehr. Naja, es ist eine Straße, ja, aber... Da ist ein Licht. Oh nein, ein Wanderer nur. Nein, eine ganze Gruppe. Hey, seid ihr verrückt? Wollten wir uns etwa alle angreifen? Ja, hier oben wurden die Laternen noch nicht angebracht, wie man sieht. Das ist doch keine Straße, doch? Ah, jetzt sehe ich sie wieder, die Straße. Ah, Vorsicht! Das ist ja ein mega weiter Weg. Ja, so in der Nacht sieht man gar nicht, was hier los ist. Oh. Ich glaube, die Straße ist hier vorbei, oder? Zu Ende, meine ich, ist sie hier. Ja, also, ich weiß, jetzt sind wir runter von der Straße, aber... Das müssen wir, glaube ich, auch. Wir sollten langsam mal einen Weg finden zur Küste nach unten. Ich bin, glaube ich. Okay. Wer ist das dunkel hier? Eine Schlammkrabbe. Na, wir können das Pferd hier jetzt schlecht ins kalte Wasser schicken oder springen lassen. Ja, ich glaube mit Pferd hier ist vorbei. Oh, hoppla. Nein, so meinte ich das nicht. Ich meinte, man sieht ja nichts mehr. Ja, ja, natürlich. Bei einer Schlammkrabbe. Warum auch nicht? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Naja, warum nicht gleich so? Das hätte uns doch schon sehr viel helfen können. Ob das sehr tief ist, das Wasser? Oh ja. Ames Pferd haben wir es dir doch angetan, aber dafür hast du es geschafft, hier rüber zu kommen. Ist das sein Trost? Schiff! Dann steigen wir doch in das Boot. Wenn sie das möchte. Schiff! 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 Wie, hat nicht geklappt. Warum nicht, klappt das hier etwa nicht, hier drin vielleicht, ah, ok, na, kein Problem, was haben wir denn, was wir hier rein tun wollen, ich glaube erst mal gar nicht viel, na, die Armbrust, müssen wir da mit rein nehmen, ich glaube nein, ebenso die Kolben nicht, wo sind sie, haben wir noch welche, Bolzen, nicht Kolben, ah ja, genau, Dädrisches Gesichts-Amulett, ja, ich freue mich, das sieht doch schön aus, so leuchtend, so leuchtend. So leuchtend. So leuchtend. So. 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 Ja, ist das denn jetzt wirklich alles, was wir hier rein tun können? Ja, ist das denn. Okay, Anmerkungen zur Trübhöhlen-Gruftband 3. Da haben wir nicht richtig gesucht. Die anderen Bände haben wir ja nicht gefunden. Ah, Kleinholz. Moment, das ist doch gut. Na, ich glaube, so kann es dann weitergehen. Oh nein, ein Zelt wäre schön hier. Damit werden wir wohl kaum Erfolg haben. Lasst uns nach drinnen gehen oder in eine Höhle. Nur weg von hier. Glück haben wir. Knochenring des Glücks. Jawohl. Ja, ich denke mal, wir gehen in der nächsten Folge rein. Das war ja jetzt schon eine recht abenteuerliche Reise, muss ich sagen, durch die Nacht. Dann darf ich mich mit diesem Bild bedanken für euer Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.